Was geht ab, Freunde? Willkommen auf dem Zweitkanal. Der beste Kanal auf YouTube. Ham, ham. Abonniert ihn. Was, ihr müsst nicht. Aber weg, korrekt. Wir gehen auf die legendärste Seite, die es jemals gab in der Geschichte vom Internet. Wir werden da drei Minigames zocken. Und wir ranken das nach Legendärigkeit. Und die Seite, auf die wir gehen, ist... Spielabwehr! Aber wir werden natürlich nicht so Games zocken wie Doodle Jump. Und Spielaffe ist auch eine Seite, die nicht jeder kennt. Muss schon ein bisschen älter sein, um Spielaffe zu kennen. Aber an jeden, der Spielaffe kennt, für den wird das jetzt so ein bisschen Erinnerung rausholen. Jeder kennt... Nein, Real Talk nicht jeder. Man muss schon OG sein, um Spielaffe zu kennen. Okay, 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 Chad. Was sagt ihr zum Most OG Game auf Spielaffe? Wenn wir das noch mit anderen Seiten machen sollen, dann schreibt es gerne in die Kommentare, welche Seiten... Ich kenne zum Beispiel nur noch Arkon und so. Oder irgendwie so hieß das. Arkon, Arcade, Arkon... Das erste Spiel, was wir aber spielen, ist Piraten besiegen. Wir könnten... Nein, wir müssen einen Teil einspielen, weil es geht gerade um die legendärsten Games, die es jemals gab auf Spielabwehr. Manche Games zonieren, glaube ich, auch nicht mal mehr, weil das damals immer mit Adobe Flash Player gespielt wurde. Wisst ihr, wie ich meine? Santrino, fühlst du dich gegrüßt? Solid Gold. Digga, das war immer so geil mit seinen Brüdern. Das Problem ist... Real Talk, ich durfte nicht spielen, ist das Problem, Chad. Ich durfte ehrlich nicht spielen. Meine Brüder haben mich gelassen. Also, bevor ich gespielt habe, hat noch mein kleiner Bruder gespielt, einfach, ja? Das war irgendwie richtig random bei uns. Ich war irgendwie immer der Letzte, ich weiß nicht warum. Ich kann das, ich brauche kein Tutorial. Ich weiß, wie es funktioniert. Friss das, Piraten! Mit High einbeziehen! Mit High einberechnet! Oh mein Gott, wie gut! Oh mein Gott, auseinandergenommen! Oh mein... Und guckt euch das jetzt an. Warm! So! Okay, 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 okay. Einer daneben ist okay, man muss auch ein bisschen warm werden. Er trifft eh nicht, Chad. Er trifft eh nicht. Schluck das, Bitch! Bam! In die Fresse! In die Fresse! Er stirbt nicht. Er braucht zwei Treffer. Okay, ich muss treffen. Sonst haut der eine runter. Easy. Erste Runde, easy besiegt. Erste Runde, easy besiegt. Es kommen die ganzen Erfahrungen wieder hoch. Man merkt, ich war so, nicht E-Sportler, aber Road to E-Sportler in dem Spiel. Direkt am Anfang Granaten und Raketen gekauft hat, war dumm. Immer Boot, immer Boot upgraden. Let's go. Level 2. Okay, easy, Ding. Es sind drei Gegner, trotzdem easy. Oh mein Gott, zwei mit einem Ball. Zwei mit einem Ball. Ding, ja mit einem Ball. Zwei. Direkt wieder upgraden. Und jetzt haben wir sogar einen Schwarzen mit dabei. Say no to racism. Das ist fresh. Einen Kollegen dazu geholt. Ein Hippo ist dazwischen? Nein! Mach F11 das Vorbild, ehrlich. Geht nicht. Das Spiellaufe, Bro. Das ist kein Neuspiel. Okay, wir wurden das allererste Mal getroffen. Oh, Dicker. Ist echt schwieriger als davor. Du musst genau denselben Schuss einfach nochmal machen. Nein! Nein, nicht runterfallen. Okay, das schaffen wir, Jungs. Das schaffen wir. Konzentration! Der ist tot. Deck mit dir. Nicht treffen, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen. Okay, immer nur der hinten. Er ist fast tot. Er ist roto tot. Jetzt kriegen wir ihn runter? Er ist tot. Willi ist tot. Scheiße. Wow, ich habe nur noch einen HP. Ich muss treffen. Klatsch. 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 Ey, ich bin echt gut, Digga. Ich bin echt gut. Ich bin stolz auf mich selbst. Und zack, wird direkt wieder upgraded. Das Boot. Wir haben noch nicht ein L getaked. Bisher dickes, dickes W in diesem Spiel, Chat. Okay, das wird ein easy Game, Digga. Ich bin drin. No-Look-Schuss. Headshot, no-Look-Easy. Weg mit dir. Weg mit dir. Runter auf vom Jet Set. Genau den selben Schuss noch mal. Ich ändere gar nichts. Weil das perfekt passt, Baby. Weil es perfekt passt, Baby. Nenn mich Daddy, Bro. Nenn mich Daddy, Bro. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp, Digga. Nein. Wow. Nimm das. Weg mit dir. Bitte. Yeah. Hört dein BH an. Hit me, Baby, one more time. Wow. Das Baby? Man kann sein Rock gar nicht mehr upgraden. Wir sind schon auf dem Maximum. Rein da mit den Raketen. Okay. Eine Rakete, eine Granate. Gegen die Indianer. Oder Mexikaner. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die nichts an. Nehmen wir die Granate. Bitte, Digga. Es ist so schwer, mit Granate zu treffen, Real Talk. Imagine, man hat in real life eine Granate-Chantel und man schießt so. Ja, immerhin. Immerhin. Tod. Minus 100. Immerhin mit der Rakete. Ist es eine Granate? Ah, ist ein Shuriken. Indianer mit Shuriken, Bro? Zu easy. Nochmal genau derselbe Shot nochmal und du bist weg, mein Freund. Yo, wie racist. Er kann einfach nicht reden. Er hatte nur Zeichensprache. Seine Chatbox war einfach nur Zeichensprache. Yo. Raus. Sleep in with the fishes. Go sleep with the fishes, bitch. Okay, wir können schon wieder alles kaufen, Digga. Also, wir können unser Ding nicht mehr upgraden. Wir haben die Upgrades von den Upgrades. Okay, Granate hier ist ein bisschen unnötig. I guess, weil man kann nirgendwo die Granate draufwerfen, wo die stehen bleibt. Deswegen gehen wir mit Rakete. Rakete! Yo, ist einfach gar nichts gebracht. Minus 3. Wie Müll war das denn? Ja, das hat aber was gebracht, Baby. Digga, der Typ kriegt die ganze Zeit nur Minus 2, ne? Nein. Okay, genau dasselbe nochmal. Oh, sexy Schuss. Sexy Schuss. Jetzt muss ich nur noch den Bläder oben treffen. Kinderspiel, Baby. No look. Nein. Wow. Wie viel hat das gezogen, bitte? Keiner hält uns auf. Keiner hält uns auf, Baby. Da müssen die Chat-Jungs. Easy durchmarschiert. Wir haben nicht eine Niederlage. Das war nicht immer so. Selbst als wir das nochmal gespielt haben vor einem Jahr. Okay, behaltet die Ws kurz vor euch. Bis wir das hier gewonnen haben. Stellt euch vor Instant-Tot. Das wäre krass. Okay, ne. Gebt ihr direkt nochmal eine Rakete. Weg mit dir. Weg mit dir! Wir haben auch noch Granaten. Nicht, dass ihr das vergessen habt. Es war sogar gar nicht so schlecht, Real Talk. Seid ehrlich. Okay, ist weg. Das Baby ist weg. Die gehen immer zuerst auf die Babys. Komm schon. Owner of this game. Mir gehört dieses Spiel, Bro. Mir gehört dieses Spiel. Hier steht mein Name drin in diesem Spiel. Nimm das, Baby. Komm schon. Ja! Einer ist weg. Ja, okay. Werf mit Axt auf kleine Kinder. Werf mit Axt auf kleine Kinder. 100. Minus 100. Schade. Oh, Bilo! Dankeschön für den Raid, mein Bruder. Ich hoffe, du hattest einen nicen Stream. Okay, Leck. Wir spielen gerade so Minigames aus Kindheit. Minigames von Spielaffe. Für die, die das kennen, die Seite. Dankeschön, Bruder. Ja, ich hoffe, du hattest einen nicen Stream. Und danke auf deinen Zap im dritten, Bruder. War ehrlich geil, das Event, oder? Auch wenn ihr spät gekommen seid und so habt, gebockt. Ich wollte Kopfballverlängerung, Chat. Ich wollte auf Nielfeld Kopf, zack, Verlängerung, bam, Explosion. Hat nicht geklappt. Willi wurde getroffen. Willi ist tot. Perfekt. Wie viele leben noch? Zwei. Es war noch nie so close, Chat. Das Baby gegen zwei. Bitte, 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 bitte. Schmeiß ihn runter. Ja. Ja. Ja, weg von der Plattform. Weg von der Plattform. Nein. Erste Niederlage. Kelle. Gegen Wikinger. Bei Gott, ich mochte Wikinger eh noch nie, Chat. Ich mochte die noch nie in diesem Film. Vikings und so. Ich habe extra nicht geguckt. Mein Haus. Video war krass, ne? Sei ehrlich. Und dein Highlight auf Insta, was du gepostet hast, war aber auch sexy. Diese mit, zack, einen weggeschickt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und dann, boah. Eier sogar, gell? Okay. Direkt wieder mit Rakete. Jetzt haben wir sogar weniger Items. Egal, ich brauche die nicht. Ich brauche die nicht. Direkt einer weg. Er trifft direkt. Alle drei. Einfach besser geworden. Okay, Chat. Passt auf, wie ich alle gleichzeitig raus mache. Beim nächsten Schuss. Beim nächsten Schuss, meine ich. Ich muss nur noch den Schuss behalten. Das ist ein perfekter Treffer. Das einzige, was ich machen muss, ist einfach nochmal so schießen. Er darf nur meine Jungs nicht töten. Oh, bitte. Mach jetzt nicht diesen. Mach nicht diesen wieder. Ey. Kann nicht sein. Schuss. Mit Glück. Ich schwöre mit Glück. Nein. Doppeltreffer. Okay, der hat nicht so viel gezählt, zum Glück. Und weg mit dir. Weg mit dir. Aufgeräumt. Aufgeräumt. Tschüss. Aufgeräumt, Chat. Aufgeräumt. Tschüss. Tschüss. Das war's. Es gibt noch eins? Jetzt kommt diese Mafia-Bosse. Okay, ich will nicht noch eine Niederlage. Mit einer Niederlage das Game durchspielen wäre schon sexy. Eine einzige reicht aber. Glück. Mit Glück noch getroffen. Minus 100. Der ist weg. Safe. See you later, Alligator. Schildkröten, die explodieren wurde. Minus 100? Das hat einfach minus 100 gegeben. Nimm diese minus 100 mit und weg mit dir. Zwei gegen eins jetzt. Das, was ihr könnt, kann ich schon lange. Blaue Haare, rote Haare. Das war minus 100 wieder. Weg. Scheiße. Okay, er gegen den... Okay, komm, komm, komm. Wir haben auch... Aber wir haben nichts mehr. Wir müssen ihn runterkicken. Komm schon, bitte. Ich fühle was Gutes hier bei dem Schuss hier. Geklatscht. Wow! Unsere Eltern! Das ist das Letzte. Das Original das Letzte. Das sind unsere Eltern. Hier sind unsere Eltern dabei. Die haben unsere Eltern entführt. Das ist das letzte Level. Okay, was wäre jetzt natürlich schlau? Nicht mit einer Rakete zu schießen. Aber ist mir scheißegal. Ich habe meine Eltern nicht getroffen. Plan ist aufgegangen. Minus 100. Hä? Achso, ich wollte schon sagen. Ja, weg mit dir. Und du? Minus. Okay. Ey, diese Granaten sind unfair. Ehrlich. Schildkrötengranaten. Viel zu OP. Aber nicht mit mir, Bruder. Du hast meine Eltern. Nimm das. Nimm das. Schmeckt. Weg mit dir. Da oben auch? Nein, bitte, bitte, bitte. Nicht treffen. Weg. Weg. Beide weg. Ab so knapp. 100. Und? Oh mein Gott. Ding der Unmöglichkeit jetzt leider, Chad. Nein. Nein, das war's. Die dürfen jetzt nicht treffen. War nicht getroffen. Minus 10. Jawohl. Ich hab meine Eltern abgeschossen. Mein Gott. Ich hab meine Eltern abgeschossen. Ja. Verdient. Ich schwöre, verdient. Tod? Noch nicht. Okay. Schuss nach oben. Nein, nein, nein. Schuss noch nicht nach oben. Hier unten noch. Marien, weg. Nein. Aller verloren. Abo. Raid. Bin ich tot? Nein, noch nicht. Edis, Bruder. Ich küss dein Herz. Danke schön für dein Raid, mein Bruder. Ich hoffe, du hast einen sehr, sehr niceen Stream. Hat unnormal gebockt. Hat unnormal gebockt, Bruder. Edis, ein sehr, sehr korrekter Typ. Ich sag das jetzt nicht nur, weil seine Zuschauer voll in meinem Chat sind. Walla hat gebockt. Ich küss dein Herz, Bruder. Ich hoffe, du hast einen niceen Stream. Ja, danke schön für den Raid. Okay. Wir spielen gerade Minispiele für die, die rübergekommen sind. Minispiele aus Kindheit. Das ist das erste. Perfekt. Eins gegen eins. Eins gegen eins jetzt. Triff nicht, sonst bin ich tot. War nicht. Ein HP. Ich muss ihn treffen. So sag ich. Komplett daneben. Mit runterfallen. Direkt in Wasser gefallen. Gewonnen. Gewonnen, oder? Digga, was ist das für eine Gewinnmusik, Bro? Einfach Fahrstuhlmusik, wenn man das Spiel durchspielt. Ernsthaft? Ich dachte, jetzt kommt. Ja, ey, wir fügen andere Musik ein, Schatz. Ich kenn das Ende gar nicht. Unsere Eltern schmeißen das Baby weg. Es hat noch nie irgendwer so weit geguckt. Sadly, Mom and Dad have turned against you and are after Simons treasure as well. Willi-Song? Die haben Willi-Song angekettet. Wir müssen jetzt einfach gegen unsere Eltern. Bro, ich hab noch nie mehr im Leben das Spiel so weit gespielt. Einfach mein Vater geklatscht. Auf ernsthaft, mein Vater Klatschen verteilt. Mein Gott. Mein Vater gibt mir dicke Bankpfeife zurück, ja. Ey, mein Liebenspiel, man muss einfach seine Eltern schlagen. Digga, ich wusste nicht, dass das Spiel so weird ist. Ja, okay, meine Mutter schmeißt meinen kleinen Bruder runter. Nice. Geil. Das war's, das muss gewesen sein. Nice. Mutter und Vater geschlagen, Chad. Jetzt Spiel durchgespielt. Mein kleiner Bruder ist tot. Nice. Geil. Und trotzdem kommt wieder diese wackes Musik. Das kann nicht sein. Man muss einfach nur den PC kaputt machen, Chad. Hey. Okay, ich mach grad irgendwas für die Uni. Speichern. Error. Error. Error de computador interno. Error de computador interno. Er selten hat mich an eine Freundin, die alles auf Spanisch eingestellt hat. Ja, ich hasse solche Menschen. Die haben auf andere Sprachen eingestellt, deren PCs. Weil die sind zu clever, um ihr PC auf Deutsch zu haben. Verdient, dass der PC kaputt ist. Aber nein, 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 nein. Ich darf nicht so denken. Ich muss denken, das ist mein PC. Was mach ich, wenn ich ein Error hab? Erstmal klatsch ich gegen den PC von oben. Funktioniert nicht. Nochmal. Funktioniert nicht. Was mach ich dann von Seite? Funktioniert immer noch nicht. Was mach ich dann von Seite nochmal? Von vorne? Von oben. Von oben. Von oben. Ich seh, mein Computer hat kaputte Ecken, Tasten. Hier sind Löcher drin. Ich krieg Aggression gegen Tastatur. Bam. Ist nicht kaputt gegangen. Hä? Ernst, Fake? Bam. Da bleibt alles dran, Chad. Hä? Wo ist die eine Taste? Hä? Ich hab nicht mal was gehört oder so. Hier liegt auch nichts. War die schon vorher ab? Oder ist die gerade abgegangen? Auf Ernst? F7 fehlt einfach. Braucht man F7 für irgendein Game? Digga, jetzt ehrlich Aggression. Als ob Maus so stabil ist. Okay, ja. Ist ehrlich. Ja. 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 Und jetzt das erste Mal gegen den PC selbst. Boah, ist aber lustig. Ich sage euch ehrlich, das bockt ein bisschen. Bei mir geht nicht kaputt, Digga. Meine Sachen sind stabil auf Erd. Ich glaube, die Sachen sind aber auch stabiler geworden mit der Zeit. Aber früher war der... Ah nee, warum war der Monitor damals so breit? Okay, Monitor braucht 10.000 Schläge, bis der kaputt geht? Sind Monitore ernst so gut, Digga? Okay, nice. Das Ding ist, das Wichtigste ist noch gar nicht kaputt. Weil eigentlich ist ja nur der PC teuer. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe gesehen, da war noch ein zweiter Teil davon. Und jetzt ist das wieder dauernd. Und jetzt wollen wir das lieber machen. Mach das Körpers. Und jetzt Introduction. Und ich habe ein Thema gemacht. Man hat sich immer dann eine dritte Teil. Abtunnen wir das Körpers. Ich werde mich gar nicht kaputt tun. Ich werde mich gar nicht kaputt. Ich werde mich gar nicht kaputt diese Leute zu machen. Ich werde mich gar nicht kaputt. Zweiter Teil war Arsch Handy zerstören gab es auch Das kannte ich nicht Level 1 ist Android Bruder was ist das denn für ein Front Womit schlage ich Geht nicht weiter kaputt Oder bei 100 oder was Ne geht nicht kaputt Das war es Kommen wir zum letzten Minigame Wir brauchen noch ein drittes legendäres Chat was sind eure Vorschläge Drittes legendäres Game in Spielaffe Wir könnten sogar zweiten Teil machen Mit diesem Fußball mit Auto Aber Getränkemixer muss rein Das ist so ein legendäres Spielaffespiel Real Talk Vielleicht sogar most iconic Spielaffespiel was es gibt Der Getränkemixer Man sucht sich selber Sachen aus Und mixt sie und guckt am Ende Ob sie schlecht oder gut sind Fangen wir an Okay als erstes nehme ich Hm Erstmal etwas zu Um erstmal etwas so voll zu machen Fangen wir an mit Cranberry Juice Cranberry Juice Bisschen Champagner Damit kann man auch nichts falsch machen Oder Ganz wenig nur So Und zu dem Cranberry Juice Und Champagner Packen wir noch Creme de Mente Also Minzcreme rein So ein ganz kleines bisschen So jetzt machen wir den Rest nochmal mit Cranberry Juice voll Reicht Und Äh Eis dazu Okay Time to shake it Chat Time to shake it Man darf auch nicht zu lange shaken Sonst platzt das Genau Oha Oha Wie schnell Oha Bruder Wie schnell Das kam Ich dachte so ein bisschen Oder so Okay Nochmal von vorne Digga Ich will jetzt dasselbe Getränk nochmal machen Ey ich hab mich voll erschrocken Okay ja Cranberry Juice Zack Zack Bam Champagner Ganz bisschen nur Creme de Mente So Ganz bisschen Cranberry Juice noch Und Eis Und shaken Reicht Ey Ach Digga Oha Bruder Okay Ich hab noch einmal kurz geklickt Ich wollte noch so ein bisschen Leicht shaken Ohja Digga Ich muss ihn nochmal machen Okay Langsam reicht mit ihm Ich kenn das Getränk schon auswendig Cranberry Juice Genau bis hier Dann Champagner Bisschen Zack Zack Reicht Creme de Mente Bisschen Wieder ein Schluck Cranberry Reicht Und Eis Okay jetzt nur ein bisschen shaken damit Reicht Serve Bitte sei gut Sieht gut aus Sieht pink aus Gut Komm schon Serve Drink it Trink es Jawohl Bitte War es gut War es gut It's like a very boring party in my mouth Might I suggest plenty of vodka next time Think you can do better Okay Okay Er hat aber die Scheiße gefunden Okay 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 Ich krieg's besser hin Das war nur der Start mein Bruder Passion Fruit Juice My Bro Zuerst Tonic Pour Tonic in it Tonic 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 Zack Lime Juice Besser Lime Juice passt besser zu Tonic Zack Kommt rein Zack Schluck Schluck Wodka Mini Zack Eine Zitrone Und Shake Das wird so gut schmecken Bam Das wird so gut schmecken sag ich Trink Trink mein Bruder Und sag mir das schmeckt scheiße Komm schon Ja Woher kommen die Flammen Bruder Oha Also getan Als hätte ich den Hotchip da reingemacht Ja Okay Übertreib komplett Oder Flammen und so Jetzt will ich gar nicht mehr Mein Gott Ich mach Limone rein Er muss Feuer spucken Hä Letzte Getränk Mein Gott Bevor ich ausraste Passion Fruit Juice Aber tu nicht so als ob das scheiße schmeckt So Passion Fruit Juice Gemischt mit Kalua Keine Ahnung was ist Dazu ein kleines bisschen Whisky Und Eis Und Shake Yallah Surf Gib ihn Sag Bismillah Feuer Ah ne noch nicht Esst Alkohol Sag gar nichts Trink nicht Esst Alkohol Bruder Saran Trink dich Feuer Okay Sag mir nichts Das war respektlos Mein Gott Das war respektlos Geist Woll Was Woll